jetzt seht ihr auf jeden fall mal wie nass immer nach hause geht oder beziehungsweise wir ich bin auch nicht viel trockener aber die hose die glänzt schon recht stark das oberteil ist irgendwie auch klatschnass aber sieht immer trocken aus das ist das cool an dem shirt da sehe ich auch nicht so fett drin aus ja was sieht auf jeden fall wieder mal ein bisschen weiter weg kommen sie jetzt mal so nah ich will dich mal ganz drauf haben ja doch jetzt sieht man es auch mal ein bisschen dass es doch noch nasser ist und man hört es glaube ich gehen hier ran ja da hinten ist wieder stimmt hatte irgendwer so eine insel könnte ja mal in die kommentare schreiben ob irgendwer sowas hat oder empfehlen kann oder zumindest einmal kennenlernen der so eine insel hat ja seht ihr das also früher wo ich fast hier im tachyamsee war da sah es hier so im herbst aus das ist schon echt krass hier was hier runter gekommen ist da oben der baum sieht auch schon sehr herbstlich aus also ist hier schon fast goldenen oktober das ist schon heftig ein bisschen versandet die hose ist komplett versandet seht ihr das wie viele bäume da am vertrocknen sind das ist auch schon heftig auch da weiter durch da ist schon einiges am vertrocknen die ganze zeit riesen blätter runter da ist ja das unkraut am vertrocknen da ist auch alles kaputt gehen das ist schon böse das ist wirklich fies die hose glänzt immer noch ein bisschen die tropft noch ja gib mal ein bein hoch warte mal noch mal noch mal jetzt nicht mehr die glänzt aber doch richtig ja hier für die ist wirklich noch klatschen das habe ich doch gesagt dann so fährst du nach hause für die leute die fragen wie wir zurückfahren so fährt sie zurück klatschen das handtüte drunter damit wir den autositz nicht versauen und die hose glänzt sogar noch ihr fest perché esο bäume aote ja die sommer daste eine volle dann sagt mal ich im nächsten video wir fahren jetzt mal schön brav nach hause und mal komuter tag Cousteau bringt RIGHT WCH RIGHT WCH wichtig WP